Also, wir wollten da nicht gerade einen Kammer zu kaufen. Aber, weil irgendjemand es geschafft hat, die Kontonummer von Rebecca falsch einzutragen, habe ich jetzt 48.000 in die Bank irgendwo hingeschickt. Und von der Bank ist gerade keiner da, der mir das zurückgeben kann. Also, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Alles Gute zum Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch zum Kei Kabatschuh. Du kriegst die Kabatschuh morgen. Zumindest, wenn wir geschlafen haben. Oh, meine Schrechel. Wir haben alles. Wir haben jetzt durchgekratzt. Wir haben jeden scheiß Cent zusammengekratzt. Wir brauchen nur 3.000 und dachten gerade eben so, fuck, wo kriegen wir die jetzt eher aufs Feld? Dann haben wir das geschafft. Und dann stehen wir bei der Handlautas und sagen, sag mir bitte, dass du das Geld hast. Ich guck's aufs Konto. Nope. Alles Gute zum Geburtstag. Danke. Danke. Ach, Mann. Du kriegst ein Kamatschuhl von uns. Yeah. Danke. Wir dachten die ganze Zeit. Ja, wir dachten die ganze Zeit. Du sandwichst mich. Oh, je. Nida, du kriegst ein Kamatschuhl. Er ist nur noch nicht hier. Weißt du, wie du uns in Schock gepackt hast, als du sagst, ja, ich kaufe mir heute ein Kamatschuhl. Und ich stand da, scheiße, wie halten wir die davon aus? Ja, sei froh, dass Nate kam mit dem Geschäft. Dann hab ich so ein Schnellgeld ausgegeben. Wir haben alles versucht dafür, dass das Geld für die Waffen aufgibt. Ja. Damit wir den Kamatschuhl holen können. Aber jetzt, äh, bank halt, ne? Wir haben das ganze Scheißgeld extra zusammengetrieben. Hm. Ja. Oh, voll lieb von euch. Mann. Wir haben verkackt. Schade, dass ich, schade, dass ich keinen Kamatschuhl sehe, aber dann morgen, also, wo das ist, nach dem Schlafen. Mhm. Ja. Ich kann ja mal gerade irgendwie nachrufen mit einem Kamatschuhl. Weißt du, dass euch das nochmal passiert mit der falschen Bank, ja? Das ist ja keine falsche Bank, die war einfach nur falsch eingetragen. Deswegen hab ich das eingegeben, da war alles korrekt. Ich hab zwar mal drauf geguckt, überwiesen und, äh, ja. Hm. Okay. Jetzt stimme ich. Und ich möchte ja jetzt niemandem den schwarzen P dazufügen, ne? He, 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 ich hab deine Bankkontodaten da nicht eingetragen. Ja, ich auch nicht, das war nämlich Nina. Nina hat nämlich gesagt, ach, ich hab mir nur von Rebecca die Bankdaten, dann geb ich sie hier mal ein. Waren die falschen, Nina? Hast du mir irgendwas gefehlt? Ich hab sie schon verbessert. Die Daten. Äh, uff, Uzi. Oh Mann. Hey. Also, du hast einen Kamatschuhl. Danke. Fällig ihn dir vor. Da. Okay. Dann, äh, kaufe ich ihn morgen. Ja, dann machen wir das nämlich so morgen, dass Nina das Geld direkt kriegt, dann müsste ich es nicht überschreiben. Eigentlich wollten wir hier, Tess, du würdest hier rauf fahren. Wurden hier richtig geil angucken. Wurden hier rauf fahren. Hätte ich mich gefallen. Ich hab auch, also, ich hab auch Kuchen und alles organisiert eigentlich. Oh, wo ist der Kuchen? Und Bubble Tea. Nein, den kriegst du spät. Ja, komm mit. Den kriegst du, wenn du schlafen hast. Ja, mit dem Kamatschuhl. Wir feiern morgen. Okay, dann esse ich im Kamatschuhl, dann esse ich im Kamatschuhl Kuchen und Bubble Tea trinkt. Genau, genau. Bubble Tea. Haben alle schon geholt. Hat irgendjemand gesagt, hat irgendjemand von Bubble Tea geredet? Tess hat es gerade gesagt. Tess hat es gerade gesagt. Rebecca hat gerade gesagt, dass wir ein paar Sachen besorgt haben. Kuchen und Bubble Tea habe ich nur festgestellt. Was wir haben, habe ich nicht gesagt. Aber wir haben. Bubble Tea. Bubble. Bubble Tea bin ich total sowieso. Mann. Fuck. Und der ganze Stress jetzt umsonst, Mann. Verdammt. Warum habe ich nicht noch mal auf die scheiß Kontonummer geguckt? Warum hast du mich nicht noch mal gefragt, ob die richtige ist? Das war das Auto, was du unbedingt holen würdest, ja? Äh. Rebecca hat die ganze Zeit irgendwas gesagt, sie muss ein Auto kaufen. Demnächst und so. Für sich. Ja, muss ich auch. Achso, das ging, glaube ich, auch wirklich um ihr Auto. Ja, okay. Aber wir haben jetzt die letzten Tage hier reingehustelt, deswegen hast du von uns nichts an Geld gesehen. Wir standen auf dem Feld rum. Ja, ich kriege ein Kamacho. Ich habe 48.000 Grad einfach in den Wind geschossen. Ja, weil du einfach ein Held bist. Ich bin, hey, ich bin der Held hier, ja? Ähm, ja. Ja, ich habe die Zahlen nicht falsch reingegeben. Also würdest du jetzt dem Geburtstagskind die Schuld geben, ne? Nein. Aber jetzt musst du länger warten. Ich tue es, sag es, ich tue es, nein. Nein, nein, ich will es nicht tun, bitte nicht. Dann kriegst du ein Kamacho und hast trotzdem noch Geld. Okay. Und eine Waffe. Ja. Und wir müssen den halt dann morgen einfärben. Dann wollen wir noch mal Geld fahren. Ich bin wieder direkt zum Reiß damit. Aber ein bisschen Geld hast du noch zum Einfärben und so, ne? Ja, klar. Ich habe, äh, was habe ich gerade? Sie hat mehr als genug. Ich habe 30.000 oder so. Also, wir haben nichts mehr. Wir haben nichts mehr. Ich habe 30.000, ja, alles gut. Wir haben dann nichts mehr. Ich habe 300 Dollar oder so. Ich habe 117 dann. Yeah. Aber ihr wisst schon, dass die Kammer schon 63k kostet, ne? Mhm. Ja, wir haben es ja auch. Die haben wir zusammen gekratzt gerade. Ja, alles so. Und dann habe ich auf mein Konto geguckt und habe gesehen, aha, ich habe gerade von gar Geld bekommen. Also, du hast Sozialgeld bekommen. Wieso, nein, wir sind fertig. Oh, Mann, ey. Oh, fuck. Aber dann können wir da mit hinfahren, anstatt mit dem, äh, scheiß Bodi, ne? Mhm. Easy. Dann kannst du nicht mal aufhören. Mit meinem Kamacho willst du da hinfahren? Ich lasse dich mit dem Kamacho nicht fahren. Ja, ich fahre da mit. Ey. Aha. Will ich eigentlich auch gar nicht, aber ich fahre auf jeden Fall mit. Scheiße. Und jeden Scheiß-Cent extra noch rausgekratzt überall. Ich habe geweint auf dem Reisfeld, weil ich mir gestern irgendwas gekauft habe und dachte so, nein, das ist traurig jetzt. Ja, ne, alles voll nie von euch. San hat daran wirklich gar nicht mehr gedacht. San? Woran steht an mein, mein Wurzeltag? Die ist ja wahrscheinlich noch vorher starben gegangen. Ja, ja. Aber sie hat daran gar nicht gedacht, glaube ich. Aber wird sie schon noch mitkriegen. Ja. Bitte lass es möglich sein, eine Nina auf den Kamacho zum einen Ende oder ein Nina. Nina, Nina, Nina. Nina. Bunk, kunk. Wir sind die Ersten, die wir gratuliert haben. Voll süß. Ja, ich muss dir dich extra nochmal aus dem Haus rollen. Ja, ich würde gerade schlanken gehen. Ja, siehst du mal. Ich fahre da beim Reisfeld. Und dann kriege ich die Nachricht. Wir wollten nicht wenigstens Glück. Ja, wir fahren zurück. Warte kurz. Ja, wir wollen nicht glücklich ins Bett schicken. Ja. Ja, er hat ja versucht mit der Bank zu reden, aber da war halt keiner mehr. Die Frauen weg. Na gut, schwierig. Fast halb eins. Alter, wollen die uns verarschen? Was denn? Körper? Oh, nee, die können nicht mit der Bank. Meinst du, die können uns zu Glück gehen? Ich sag denen, ich hab Geburtstag, was wollt ihr von mir? Hm, ist das nicht der Jimmy Hanks oder wie der heißt? Weiß ich nicht, aber so muss man mal fragen, ob die auch was dazugeben wollen. Vielleicht wollen die mir gerade so die... Äh, du? Nein. Vielleicht wollen die mir... Weiß die doch mal ganz charmant darauf hin, dass es mein Geburtstag ist. Mach ich, mach ich. Ach so, kenn ich gar nicht. Hola. Guten Abend. Wie geht's uns? Na, wollen Sie mitfeiern? Nö, feiern muss nicht sein. Nö, feiern muss nicht sein. Okay. Wir haben tatsächlich nur eine Frage. Ja, gerne. Und zwar folgendes, ähm, wir haben im Fall einer Strafsache eine Aussage bekommen, dass jemand heute Abend am ACSA mit einer Dame gesprochen hat, helle Haare, gelbe Hose mit Reißverschlüssen, ähm... Äh, ja, die war zur Reparatur mit unserem, äh, Buccane hier da, mit dem, hier vorne mit dem Buccane Custom. Ja, okay. Ja. Weil, ähm, ja, na, also sie soll wahrscheinlich in einem Gespräch mit der Frau Mia Feier gewesen sein. Und, äh, da wollten wir uns vielleicht mal erkundigen, ob man uns den Inhalt dieses Gesprächs mitteilen könnte, weil er eventuell ermittlungsrelevant wäre. Also, sie war zehn Minuten weg mit dem Buccaneer, ist dann halt zum ACSA gefahren, hat den reparieren lassen und war danach wieder hier. Also, ich wüsste nicht, dass es, also, vor allem die Dame, die ist erst aus dem Urlaub wiedergekommen heute. Deswegen wüsste ich nicht, äh, was es da groß zu bereden gab, tatsächlich nicht. Oder was da, oder auch was da gesprochen wurde. Ich weiß nur von der Reparatur und mehr weiß ich nicht. Also, tatsächlich nicht. Dann hätte ich an sie persönlich, äh, noch eine Bitte. Und zwar, äh, ich weiß, äh, ihr wohnt hier, aber wenn ihr euch auf einer öffentlichen Straße befindet, äh, könntet ihr die Flag vielleicht absetzen? Also, ich bin ja Ihnen gerade darauf entgegengekommen, ne? Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie lange das Gespräch jetzt noch geht, weil ich gehe da nämlich gleich wieder. Ja, nee, alles gut, aber, wie gesagt, bei der öffentlichen Straße und, äh, Paragraf 13 GW. Äh, ich hätte nur die Frage dazu, äh, Bitte schön. Danke. Ähm, wie heißt denn die Dame? Äh, was? Die Frau? Die vorhin beim ACSA waren, das ist die San? Ja, genau. Hm? Wie die heißt? San. S-A-N. Cospari. Hm, okay. Also, da ich weiß, dass da nichts vorgefallen ist, können sie da gerne ermitteln. Ja, ich wollte einfach nochmal nachfragen, alles klar. Hm? Alles klar. Sag mal so, die Mühlen der Gerechtigkeit mal langsam und da ist es schon gut, wenn wir jede Info haben. Natürlich. Dann bedanke ich mich und, äh, wünsche noch einen schönen Abend. Danke, ebenso. Jo, bis denn. Tschüss. Tschau. Ich hab doch Geburtstag, ich will mir den Fleck nicht öffnen. Sie haben keinen Grund zu feiern? Soll ich sie haupt nehmen und Auto werden? Sie stehen auf einer öffentlichen Straße. Du musst nur sagen gehen, mach alles, was du willst. Sind die dumm oder was? Ich komm denen sogar entgegen und die kommen mir mit... Ach, lass dich drüber reden. Nächstes Mal redest du nur über einen Mittelmann. Fuck, mal langsam. Alter, du, Tesso, ich hab mit Absicht nur den Vornamen gesagt. Ja, die haben doch eh ihren Namen wahrscheinlich gar nicht. Ja, aber du solltest nicht den Nachnamen sagen. Bist du doof oder was? Ich hab mich so erschrocken, als es hieß helle Haare, gelbe Zipperhose und ich dachte mir so, ähm, helle Haare, ich, Zipperhose, hm, trage ich gerade. Ich hab mit wem geredet? Also das Ding ist halt... Warum? Das Ding ist halt, das war ein ganz... Warum musst du schon zum ASCA gehen? Das Ding ist, ich weiß ja, das ist ein ganz normales Gespräch, weil sie war halt wirklich dazu reparieren. Das ist ja scheißegal, da kannst du sagen, was du willst. Ja, aber so haben sie automatisch Namen mehr von uns, das ist halt blöd. Ich muss jetzt ein paar auf die Fresse hauen dafür. Aber das kannst du dann ja dann machen. Kannst du ja dann erklären, wie er die Koppos ihren Namen haben. Du Sau, ey, kann man so blöd sein. Ich hab extra nur Sun gesagt. Nachname weiß ich nicht. Sorry, Geilz. Nervprapzen noch. Ihr geht jetzt schlafen? Ja. Ja, ich darf ja... Morgen wird ein langer Tag. Ja. Madame, du auch. Und ich hör sie reden. Ich geh schlafen? Ja. Was ist morgen für ein langer Tag? Na, morgen hat Nina den ganzen Tag Geburtstag. Ja, ihr Geburtstag, du Vogel. Ich weiß. Es tut mich nur, was da... Achso, die sind wahrscheinlich weggekommen. Naja. Ja, aber ich kann ja nicht schlafen. Ich bin total aufgedreht. Ich bin total sauer, weil wir dieses Kackauto... Hm. Eins, zwei, drei, zwei, Schlüssel steckt. Ich bin total aufgedreht. 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 Ich bin total aufgedreht.